Hallo zusammen, Thomas hier. Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Computer an eurer Kamera Funktionen vollständig lahmlegt, ohne dass die Kamera jemals direkten Kontakt zu eurem Computer hatte? Also ich hätte mir das bis vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, ist aber mit meinen beiden Fuji Kameras passiert. Und bevor wir uns mit dem Problem und zum Glück auch mit der Lösung auseinandersetzen können, ein ganz großes Dankeschön an die Kollegen von Fujifilm Deutschland, die mir bei der Lösung des Problems geholfen haben und ohne die wäre ich im Traum nicht drauf gekommen. Kommen wir also erstmal zu dem Problem. Bevor wir zu dem Problem kommen, noch dieser Hinweis. Dieses Video wird gesponsort von Exire. Mit der KI von Exire stehen euch intelligente Werkzeuge zur Verwaltung und Analyse eurer Fotos zur Verfügung. Mit Exire bringt ihr Ordnung ins Bildarchiv und mit den intelligenten Suchfunktionen findet ihr jedes Foto, das ihr sucht und das schnell. Ich nutze die Programme von Exire, deshalb schon von Anfang an. Tests von mir zu den aktuellen Versionen von Exire findet ihr in den Infocards. Beide Programme natürlich mit der neuen Freitextsuche per KI-Prompt, so wie ihr das beispielsweise aus ChatGPT kennt. Das aktuelle Update für Exire Foto 2024 gibt es bis zum 5. Mai für 149 statt für 189 Euro. Und mit meinem Rabattcode spart ihr weitere 15% auf Exire Foto und auf Exire Search das Plugin für Adobe Lightroom Classic. Fujikameras haben schon sehr lange eine sehr angenehme, eine sehr hilfreiche Funktion. Das ist der Countdown. Bei Langzeitbelichtungen, bei Belichtungen glaube ich länger als eine Sekunde, blendet die Kamera automatisch ein, wie lange die Belichtung noch läuft. Das ist natürlich sehr praktisch bei Langzeitbelichtungen, gerade wenn man dann 30 Sekunden, eine Minute oder zwei relativ lange hinter der Kamera stehen muss, dass man gleich weiß, wie lange wird die Kamera jetzt noch brauchen, bis sie mit der Belichtung fertig ist. War aber nicht. Es hat nämlich dann plötzlich so ausgesehen. Für mich war das Problem auch tatsächlich nicht lösbar, denn bei den Fujikameras, die ich bisher hatte und die ich aktuell habe, gibt es keine Menüfunktion, wo man diesen Countdown einschalten kann. Also, dass man ihn sieht oder dass man ihn nicht sieht. Also, ich bin nicht in der Lage gewesen, dieses Problem zu lösen. Ich habe zwar alles ausprobiert, ich weiß nicht, wie oft ich die Menüs durchgegangen bin und auch sogar ein extra Buch zurate gezogen habe. Keine Chance. Was habe ich gemacht? Ich habe die Kamera zurückgesetzt und die Kamerakonfiguration, die ich vorher in meiner Fuji X-App abgespeichert hatte, habe ich zurückgespielt. Auch keine Chance. Problem blieb. Ich bin also nicht an die Lösung des Problems gekommen. Und dann habe ich, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dann habe ich mit dem Support von Fujifilm Deutschland Kontakt aufgenommen. Und die haben mir dann bei der Problemlösung helfen können und mit denen habe ich das Problem lösen können. Beziehungsweise, die haben das Problem für mich gelöst. Und was ist das Problem? Das Problem ist in dem Fall mein MacBook Pro, mein Apple Computer. Das muss jetzt kein MacBook sein, also kein tragbarer Apple. Das kann auch ein Mac Mini sein, Mac Studio oder auch, wenn ihr noch einen älteren Intel Mac habt. Das Problem ist generell eine Eigenschaft, die Mac Computer grundsätzlich haben in Verbindung mit dem Betriebssystem. Sie schreiben nämlich unfassbar viele sogenannte Ghost-Dateien zusätzlich zu den normalen Dateien. Und normalerweise sieht man diese Ghost-Dateien nicht. Die kann man natürlich sichtbar machen, indem man eine entsprechende Funktion aufruft. Oder indem man, so wie ich, und ich habe diese Dateien auch immer wieder, wenn ich also Wechselmedien austausche zwischen meinem Mac und meinem Windows-Rechner, dann sehe ich die ganzen Ghost-Dateien nämlich. Und wenn ihr nicht wisst, was Ghost-Dateien sind, das sind diese Dateien mit dem Punkt. Diese Punkt-irgendwas-Dateien. Und wie ihr auf der rechten Seite seht, gibt es sogar auch Ghost-Verzeichnisse, in denen dann wiederum Ghost-Dateien drin sein können. Und diese Ghost-Dateien, nicht vielleicht alle, aber manche, ist letztendlich aber auch ganz egal, welche, diese Ghost-Dateien können tatsächlich, und das war auch in meinem Fall so, dazu führen, dass Kamerafunktionen an Fuji-Kameras vollständig lahmgelegt werden. Und ihr keine Chance mehr habt, das Problem über das Menü zu lösen. Wie in meinem Fall, weil der Countdown eine fest eingestellte Funktion ist, die man gar nicht ändern kann. Im Übrigen hatte sich herausgestellt, dass noch eine weitere Funktion an meiner Kamera durch diese Ghost-Dateien komplett lahmgelegt wurde. Die war ausgegraut und war auch nie mehr erreichbar, egal, welche Menü-Konfiguration man hatte. Die war mir gar nicht aufgefallen, da ich mit meinen Fuji-Kameras bisher noch nie die Blitzfunktionen benutzt habe. Es kann also sein, dass ihr das Problem habt, aber ihr wisst es gar nicht. Ist ja dann auch kein Problem. Aber es könnte auf jeden Fall sein. Fakt ist auf jeden Fall, es können auch andere Funktionen davon betroffen sein. Wenn ihr also auch, wie ich, entweder dauerhaft oder temporär Apple-Rechner nutzt und ihr habt plötzlich unerklärliche Kamera-Phänomene an eurer Kamera, dann kann das tatsächlich damit zu tun haben, dass es an den Ghost-Dateien liegt, die Apple-Rechner haufenweise auf Speichermedien schreibt. Was kann man also tun oder was habe ich am Ende tun können und was könnt ihr in dem Fall tun? Ein komplettes Reset der Kamera machen. Aber dann nicht einfach die Konfiguration, die ihr vielleicht zwischengespeichert oder abgespeichert habt, wiederherstellen, so wie ich das in meiner X-App habe, wo ich grundsätzlich die Kamera-Funktion meiner Kameras abgespeichert habe, um sie bei Bedarf dann eben wieder zurückzuspielen. Das hat das Problem nicht gelöst. Ich musste also tatsächlich ein vollständiges Kamera-Reset machen, so als wenn ich die Kamera gerade gekauft hätte und zum ersten Mal aus der Kiste nehme und habe die Kamera vollständig manuell eingerichtet. Und dann ging es. Und da ich ja zwei Fuji X-H2 habe, habe ich das nicht bei beiden nochmal vollständig machen müssen. Ich habe also dann die neue Konfiguration an der sauberen Kamera, habe ich dann zurückgespielt, beziehungsweise habe ich abgespeichert und habe dann eben die zweite Kamera resettet, also zurückgesetzt und konnte dann die Konfiguration zurückspielen. Denn offenbar wird in der Kamerakonfiguration auch dieser Fehler mitgeschleppt. Der hängt da also letztendlich mit drin. Jetzt kann man natürlich lange darüber wundern oder fragen, wer ist jetzt schuld an dem Problem? Henna-Ei, ist jetzt Apple der Verursacher oder sollte es Fuji möglich sein, das Problem doch mal zu lösen? Auf der anderen Seite hat Apple die gesamten Spezifikationen auch von Kameraherstellern, könnte also mit der Schnittstelle entsprechend damit umgehen. Problem bleibt also. Also wir kommen oder ich bin an der Stelle jetzt endlich weitergekommen, hilft uns auch an der Stelle nicht oder all denjenigen von euch auch, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, ihr müsst ein komplettes Reset machen und tatsächlich euch die Zeit nehmen, die Kamera nochmal vollständig neu zu konfigurieren. Wie kann man das Problem jetzt in Zukunft lösen? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Insbesondere bei SD-Karten habt ihr ja diesen kleinen Schieberegler und den könnt ihr, bevor ihr die Speicherkarte, die SD-Karte, eurem Mac anbietet, um die Daten auszulösen, könnt ihr den Schreibschutz einstellen. Dann kann der Mac nichts auf die Speicherkarte schreiben, dann sollte das Problem nicht auftreten. Sollte der Mac aber, oder so, ihr müsst natürlich dann daran denken, den Schreibschutz, bevor ihr dann die Karte wieder in die Kamera tut, auch wieder rauszunehmen. Was auch helfen müsste, ich habe es noch nicht ausprobiert, werde es aber jetzt demnächst auch mal installieren, ist die Software CleanMyDrive. Das ist eine kostenfreie Software für Mac und die fragt, soll ich dein Speichermidium erstmal säubern? Und dann kann man das anstoßen und dann werden alle Ghost-Dateien restlos gelöscht. Das sollte das Problem in jedem Fall dann auch lösen. Wenn ihr, wie ich, unerklärliche Kameraphänomene an euren Kameras habt, die ihr auch über die Menüstruktur, über die Menükonfiguration nicht ändern könnt, nicht verändern könnt, weil man über die Menüstruktur da gar nicht drankommt, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt, was ihr tun könnt, um das Problem zu lösen und möglicherweise ist euer Apple-Rechner der Verursacher.